Ich habe keine Ahnung, was ist das für eine dumme Frage? Ich werde auch voll dumm. Ich freue mich so sehr, dass ich keinen Watter mehr habe. Hey Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich mal wieder auf ein Video von Lesa Luca, und zwar die lustigsten Schülerantworten in Testzeit 2. Ich liebe diese Videos und wir schauen uns die vielleicht nicht in einer Reihenfolge an, aber die sind ja trotzdem lustig. Auf jeden Fall, ich habe Lesa Luca natürlich schon abonniert, das Blöckchen aktiviert und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. Und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr auch diesem Video einen Daumen nach oben gebt und diesen Kanal abonnieren würdet, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und jetzt würde ich sagen, lasst endlich zum Video kommen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Antwort. Extemporale aus der katholischen Religionslehre. Ich wüsste jetzt schon nicht, was gemeint ist. Ich auch nicht. Die nächste Frage in diesem Test lautet, nenne mindestens drei Beispiele für andere Religionen außer dem Christentum. Ein normaler, gut aufpassender Schüler aus dem Religionsunterricht würde jetzt sowas antworten wie Hinduismus oder Buddhismus oder Judentum. Diese Person hat allerdings geschrieben, erstens die dunkle Seite der Macht, zweitens Essen, und drittens Sex. Hä? Hey, ähm, zu welcher Religion... Hä, das macht doch gar keinen Sinn. Wie kann man da so krass failen, frage ich mich gerade. Was, du? Ach, äh, Essen. Und du? Ja. Sex. Bei diesem Test gab es allerdings noch eine zweite Frage, und zwar, welchen Sinn hat die Eucharistilfeier im katholischen Gottesdienst? Keine Ahnung. Das kann nur Gott beantworten. Er hat es noch nicht gemacht. Ich meine, ganz ehrlich, da hat er wieder ein bisschen recht, weil ich meine, den eigentlichen Sinn kennt ja nur die Person, die mehr oder weniger, ich weiß, also Gott hat ja eigentlich gar nicht die Kirche erfunden. Ja, eben. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oh Gott. Ich gucke mir gerade das nächste an. Die Aufgabe ist, erweitere vier Drittel plus zwei Fünftel. Eigentlich würde man das jetzt auseinanderrechnen und die Brüche ja einfach erweitern. Jeder kennt das, glaube ich. Ähm, allerdings hat sich dieser Schüler... Warte, wie ging das? Wie ging das? Man musste dann, glaube ich, bei dem Drittel mal fünf oben schreiben und beim Fünftel mal drei, oder? ...gedacht, hey, ich erweitere das Ganze mal. Da haben wir hier den Abstand, dann haben wir schon einen zwei Zentimeter Abstand und dann haben wir auch noch einen drei Zentimeter Abstand. Hat er nicht gemacht. Aber wirklich, jetzt mal komplett im Ernst, ich hätte dafür Punkte vergeben als Lehrer. Nein. Das ist richtig. Kommen wir allerdings nun hier zu einer Aufgabe aus dem Englischunterricht. Die erste Frage wurde richtig beantwortet. How many days are in a week? Das sind sieben. How many months are in a year? Also wie viele Monate hat ein Jahr? Da hat auch zwölf angegeben. Und die nächste Frage, ist die Nummer 68 gerade oder ungerade? Da hat er auch even angegeben, also gerade. Er hat bisher wirklich alles richtig beantwortet, doch dann die letzte Frage ist... How do you know? Also woher weißt du das? Aber wie soll man das denn auch antworten? Zu was ist das überhaupt? How do you know what? Was davon weiß ich? Wie viele Tage in der Woche sind oder wie viele Monate oder was? Was wollen die von mir wissen? Ich werde auch voll dumm. Er hat einfach geantwortet, because I'm smart. Ja, weil ich schlau bin. Ist halt auch wieder eigentlich nicht falsch. Die nächste Schüleraufgabe ist wieder so richtig bescheuert. Ich frage mich einfach, warum Lehrer Schülern so etwas stellen. Ich meine, das ist einfach nur unnötig, so etwas abzufragen. Der Kurs in dem Fall ist, Tony practices the piano 20 minutes every day. Und dann soll der Schüler halt den Effekt beschreiben. Also da würde man einfach nur hinschreiben, ja, Tony wird besser im Klavier spielen. Also, allein diese Frage zu stellen ist einfach dumm. Der Schüler hat hier allerdings geschrieben, he is a big nerd. Dann war ich früher auch ein großer Nerd. Die nächste Aufgabe... Wisst ihr, bei solchen Tests hätte ich wahrscheinlich auch verkackt. Weil die Antworten sind so offensichtlich, dann würde ich denken, jo, das kann gar nicht sein. Wurde wieder so richtig süß beantwortet, sage ich mal, von einem naiven Schüler. Und zwar ist die Aufgabe, the diagram below best illustrates. Und dann halt vier Auswahlmöglichkeiten, welche Evolutionstheorie, sage ich mal, dargestellt wird. Ich glaube, jeder, der in der Schule irgendwie ansatzweise aufgepasst hat, weiß, dass das die Evolutionstheorie von Darwin ist. Also, dass nur die Größten überleben. Also die Stärksten. Und da die Giraffen in diesem Beispiel hier mit den langen Hälsen am besten an die Blätter rankommen, haben natürlich nur die überlebt. Der Schüler hat allerdings geantwortet, Giraffen sind herzlose Kreaturen. Womit er recht hat. Wieso das? Ich meine, die hätten dem ja auch was abgeben können. Diese Aufgabe hier können wir eigentlich relativ schnell abhandeln. Und zwar wurden dort Extrapunkte vergeben, wenn man die Frage... What is the strongest force on the world? Oh, jetzt kommt's. Was denn? Wenn man diese Frage richtig beantwortet. Der Schüler hat Love geschrieben. Also die Liebe ist das Stärkste auf der Welt. Aber no shit. Ich weiß nicht, was die richtige Antwort gewesen wäre. Gravitation? Also wirklich, überhaupt keine Ahnung. Aber ich... Kein Plan. Die nächste Aufgabe... Aber das ist irgendwie so süß, dass er Liebe geschrieben hat. Also keine Ahnung. Ich hätte da so ein Smiley hingeschrieben und so... Oh, aber falsch. Aber es ist so komplett sinnlos. Also die Aufgabe lautet erstmal... Draw a picture of what you will look like in 100 years. In 100 years I will be bla bla bla. Also 100 years old. Und dann soll man sich wahrscheinlich dahin malen mit Bart und ausgefallenen Haaren und Krückstock und keine Ahnung was. Doch die Person dieser Aufgabe schreibt einfach Warren R.I.P. Und es ist einfach nur richtig. Wenn die Aufgabe 10 Punkte gegeben hätte, ich hätte dir 40 gegeben. Das ist einfach nur richtig. In 100 Jahren ist man tot. Was ist ein Porträt? Ja. Ist nicht irgendwie... Eine Nahaufnahme vom Gesicht. Nö. Das ist ein französisches Gebäck. Po... Was? Komplett korrekt. Wenn mein Kind diese Schülerantwort gegeben hätte, die ich euch jetzt hier gleich aufdecken werde, dann hätte ich... Hätte ich denen gesagt, komm, brich Schule ab, wehrt Comedien. Die Aufgabe ist, wenn Anne durch den Mikroskop schaut, kann sie trotz Fluoreszierendem... Fluoreszierendem. ...Farbstoff auf der Zellmembran nichts erkennen. Woran könnte das liegen? Also warum erkennt sie nichts trotz dieses Fluoreszierendem... Sie ist blind. Aber ich muss sagen, die Person, die das geschrieben hat, ist nicht dumm. Das ist genial. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Antwort aus der letzten Folge. Du hast zehn Kekse. Jemand fragt dich nach zwei Keksen. Wie viele Kekse hast du noch? Zehn. Zehn. Machen wir allerdings nun auch direkt weiter mit der nächsten Schülerantwort. Und zwar wurde das hier gezeigt in einer Klassenarbeit. Zwei Mäuse. Zwei Mäuse. Und darunter sollte man hinschreiben, ja, was das ist. Also die Mäuse. Der Schüler hat geschrieben, die Möse. Ja, es ist, ähm... Nein! Ja, es ist komplett richtig. Bei dieser Antwort habe ich mir wirklich wieder gedacht, hey, da würde ich trotzdem Punkte für vergeben. Da ist die Frage, welche Bewegung führt der Radfahrer aus? Und er schreibt vorwärts, was ja richtig ist. Doch dann soll man das begründen und er fährt nicht rückwärts. Es ist richtig. Er fährt nicht rückwärts. Also ich würde zumindest Teilpunkte vergeben. Das gleiche auch wieder bei dieser Aufgabe hier. Er kreuzt das richtig an. Allerdings, die Begründung ist halt so. Ist jetzt, also, wenn man es ganz dumm betrachtet, ist es halt auch wieder richtig, ne? Es ist halt so. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was... Ich freue mich so sehr, dass ich kein Mathe mehr habe. ...der Lehrer sich dabei gedacht hat. Wie wird Milch hergestellt? Da muss man die Kuh fragen. Ich fühle mich so dumm, wenn ich das die ganze Zeit sage. Aber es ist richtig. Natürlich können wir aufgrund von biologischen Erkenntnissen und, äh, keine Ahnung was, herausfinden und begründen, warum die Kuh Milch herstellen kann. Aber die Kuh kann dir auch keine Antwort geben. Das weiß wirklich nur die Kuh. Also, keine Ahnung, wie es, wie, also, ne? Dieses Schülertest-Antwort ist wieder so richtig bescheuert. Also, die erste Frage ist, äh, wie weit ist die Erde von der Sonne entfernt? Oh, jetzt kommt wahrscheinlich was. Doppelt so weit? Doppelt so weit? Ja, äh, wie doppelt so weit? Also, da hat er zu Recht, äh, null Punkte für bekommen und die zweite Frage ist, äh, warum hat der Planet Saturn einen Ring? Wer verheiratet ist. Die Antwort ist, Gott liebte den Saturn und hat ihm einen Ring gegeben. Oh mein Gott. Bei der nächsten Aufgabe, ähm, wird gefragt, deine Mutter kauft dir eine Jacke für 70 Euro und eine Hose für 90 Euro. Was ergibt das? Ein Outfit. Streit mit meinem Vater. Ja, okay. Ist richtig. Allerdings ist das ja nicht die einzige Frage in dieser, äh, Klassenarbeit oder in diesem Test, sondern es wird ja noch gefragt, Robert hat 50 Kekse. Er isst 35 davon auf. Was hat er dann? Einen Besuch im Krankenhaus. Oh mein Gott. Hätte ich wiederum Morgenrote verteilt. Das ist ein Hashtag. Falls ihr es nicht wusstet. Übrigens, war ganz kurz hier zwischendurch, ne, so ein bisschen Musiklehre hier mit Luca. Hier soll jemand im Fachdeutsch eine, äh, Kurzgeschichte verfassen mit den Themen Religion, Sexualität und Geheimnis und die Kurzgeschichte ist, oh Gott, ich bin schwanger, wenn ich nur wüsste von wem. Hätte ich direkt gesagt, komm, eins plus, mega gut, alles, alle drei Sachen untergebracht, äh, wirklich, was sich manche Schüler denken, das ist wirklich Wahnsinn. Darauf muss man erstmal kommen, das in zwei Sätzen irgendwie zu schreiben und alles, äh, mit rein zu integrieren von den Themen. Das ist, das ist krass. Wieder so eine standardlustige Schülerantwort, finde ich. Also, wo liegt C und der schreibt da. So, das ist genau das mit Finde X und dann umkreisen die Leute X und schreiben. Hey, da ist es. Wie nennt man die Kraft der Beschleunigung? Porsche. Ah. Ferrari. Kinder. Erkläre den Begriff Vakuum. Leer. Es ist, es ist einfach wieder richtig. Hier sollte ein Schüler ankreuzen, was für ihn heimhaft ist. Nein, nein, es ist nicht. Und er hat verschiedene Sachen angekreuzt, wie beispielsweise der Ort, an dem ich geboren bin oder dort, wo meine Familie und Freunde leben. Ähm, ähm, aber bei der eigenen Antwort hat er angegeben, dort, wo ich WLAN hab. Was auch, wo ich... Es stimmt ja irgendwie. Das ist, das ist doch wirklich so. Also, da denke ich mir halt, wie kann man überhaupt bei so einer Frage Punkte vergeben? Weil für jeden bedeutet Heimat ja eigentlich was anderes. Ja, stimmt aber auch. Ich will uns hier so ein rundes Ende für diese Schülertest-Antworten-Lustig-Folge, wie auch immer das heißt. Um das zu so einer runden Folge zu machen, ähm, ist die nächste Aufgabe wieder die Darwinstheorie. Also die Evolutionstheorie mit den Fischen hier, sollte man das erklären. Und er schreibt, der Kleinste verliert, Fische sind grausam. Wir erinnern uns an die Giraffen, die ja auch herzlose Tiere sind. Oh Gott. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mich entscheiden müsstet, Fisch oder Giraffe? Was wärt ihr gern? Aber lass mir wirklich nachdenken, was wäre ich gern? Ein Fisch oder eine Giraffe? Ich glaube eher eine Giraffe. Obwohl, da kann ich von irgendeinem Tiger oder so, von einem Löwen aufgegessen werden. Von, als Fisch kann ich aber auch aufgegessen werden. Es kommt aber auch drauf an, wie groß ich als Fisch bin. Vielleicht wäre ich lieber ein Fisch, aber ich habe Angst vor dem Ozean. Ich habe keine Ahnung, was ist das für eine dumme Frage? Das heutige Video jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Okay, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Abonnieren nicht vergessen.